Hast du schon einmal beobachtet, wie in großen Häfen riesige Schiffe rein und raus fahren und dabei nichts kaputt machen, obwohl sie das Hafengebiet gar nicht kennen? Nun, das Geheimnis ist, dass dort ein Mann an Bord ist, ein sogenannter Lotse. Und der kennt sich aus, der weiß, wie man Schiffe raus und rein bekommt, er kennt alle Gefahrenstellen und kann diese umschiffen. Und sobald das Schiff draußen auf dem großen Waldenmeer ist, da steigt der Lotse wieder ab und fährt mit seinem Schiff zurück und hilft dem Nächsten. Genau das Gleiche macht ein Gründercoach und ich zeige dir heute, wie genau es funktioniert und wie du auch einen guten Gründercoach findest und auch finanzieren oder fördern lassen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Grupp-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern auch ausgebildeter Coach, zertifizierter Coach auf der Ebene Professional. Ich selbst habe auch viele Coaches ausgebildet, deshalb weiß ich auch ganz genau, wie du Gute von schlechten Coaches unterscheiden kannst. Und das Gute ist, dass auch die Regierung, die Politiker inzwischen erkannt haben, dass Gründercoaching wertvoll ist. Genauso wertvoll wie ein Lotse im Hafen. Denn es ist nachgewiesen, dass Unternehmer, die sich ein Lotse, also ein Gründercoach am Anfang leisten, dass sie bis zu fünfmal erfolgreicher werden, wesentlich länger überhaupt am Markt bleiben und auch ihre Ziele erreichen. Was genau macht nun ein Gründercoach mit dir, so ähnlich wie ein Lotse? Nun, er besteigt mit dir gemeinsam dein Schiff und überprüft alles. Das bedeutet, das gesamte Geschäftsmodell wird einmal von ihm in Frage gestellt, von allen Seiten beleuchtet, die Perspektiven auch mal gewechselt. Gibt es nur wirklich dein formuliertes Best-Case-Szenario? Gibt es vielleicht auch ein Management-Style, ein Middle-Case oder gibt es vielleicht so ein Worst-Case-Szenario? Und wie bist du darauf vorbereitet? Was machst du, wenn das eintritt? All solche Fragen stellt ein Coach und hilft dir dabei, dein Geschäftsmodell zu überprüfen. Das nächste, was ein Coach macht, dass er auch Engpässe ermittelt. Also er findet immer heraus, wo in deinem Unternehmen, da wo es einen gewissen Workflow oder einen Dealflow gibt, wo also von A nach B Kunden oder Problemlösungen transportiert werden, wo der größte Engpass ist. Denn wenn du dir ein großes Rohr vorstellst, was unterschiedliche Durchmesser hat, dann macht es natürlich Sinn, nicht am großen Durchmesser dafür zu sorgen, dass dieser größer wird, sondern dass du den Engpass, also den kleinsten Durchmesser findest und diesen vergrößerst. Denn dieser kleine Engpass, der reglementiert zurzeit noch deinen Erfolg. Und die Hebelwirkung, hier aufzubohren, hier den Engpass zu erweitern, wird dein Geschäft wesentlich weiter vorantreiben, als wenn du an allen Stellen gleichzeitig weiterarbeitest. Was noch ein guter Gründer-Coach macht, er wird mit dir regelmäßig deine Ziele überprüfen oder überhaupt dafür sorgen, dass du dir klare, messbare Ziele aufstellst und natürlich dazu entsprechende Pläne. Und wenn du in diesen Plänen wandelst, auch zu überprüfen, ob du auf Kurs bist. Also auch das Controlling durchführen. Er wird also ein ständiger Begleiter an deiner Seite sein und immer wieder überprüfen mit dir gemeinsam, wenn du das willst, ob du auf Kursziel bist. Und dabei wird er auch darauf achten, dass du auch deine Persönlichkeit entwickelst, dass du in deine neue Rolle als Unternehmer reinkommst. Denn als Unternehmer bist du nicht mehr nur der Erlediger von Aufgaben, nur der Programmierer oder nur der Koch. Du bist eine eierlegende Wollmichsau. Du bist wie Chef, der Ziele vorgibt. Du bist jemand, der einteilt, der kontrolliert. Du bist der Telefonist. Du bist der Sekretär. Du bist der Buchhalter und machst die Rechnung und erledigst die Aufgaben oder sorgst für die Versendung der Produkte oder die Erstellung der Produkte oder der Dienstleistung. Und du bist auch dein eigener Außendienst und konsultierst deine Multiplikatoren, die Interessenten und die Kunden und deine Geschäftspartner und später auch deine Mitarbeiter. Was sind nun die großen Vorteile, wenn du mit einem Coach gemeinsam dein Unternehmen startest oder dein Vorhaben startest oder auch später Veränderungsprozesse in deinem bestehenden Unternehmen startest? Nun, der Hauptvorteil ist, dass dein Zustand immer an einem möglichst hohen Niveau bleibt. Denn der Coach riecht relativ schnell mit, wenn dein Zustand durch irgendwelche Belastungen, Engpässe, Probleme, Herausforderungen belastet ist. Man versucht mit dir relativ schnell durch die richtigen Fragestellungen die Perspektive zu wechseln. Also vom Problem zur Lösung zu kommen. Von der Herausforderung, von der Krise zum Ziel. Also immer den Fokus zurückzustellen, zurückzurichten auf das Ziel, auf deine Vision. Und diese Vision, die sollte so stark sein, dass er dir wieder neue Energie gibt. Wenn nicht, dann wird der Coach dafür sorgen, ein guter Coach dafür sorgen, dass deine Vision überarbeitet werden darf, deine Ziele angemessen sein dürfen, erreichbar sein dürfen, bis du dann wieder einen guten Zustand hast. Was auch einen guten Coach ausmacht, wie den Lotsen auf dem Schiff, dass er dich auf bestimmte Gefahrenstellen, Sandbanken, Riffs, Klippen, auf Hinweist, Untiefen, dass er also dir Fragen stellt, sodass du selbst auch Risiken erkennst, diese vermeidest. Oder wenn es gar nicht anders geht, dass du dich so vorbereitest, dass wenn dieses Risiko, diese Gefahrensituation eintritt, dass du gut vorbereitet bist. Und das Wichtigste, was einen guten Coach unterscheidet von einem Durchschnittscoach oder Berater, ist, den Fokus richtig auszurichten. Denn was nützt dir ein Berater, der dir dann sagt, oh, das könnte ein Problem sein, oh, da wird es schwierig, oh, da sehe ich aber ganz viele Herausforderungen. Also ob sie das schaffen werden, das wage ich aber auch zu bezweifeln. Also jemand brauchst du nicht. Du brauchst jemanden, der immer wieder den Fokus, Kurs, Ziel gibt. Der dir hilft mit der Fragestellung, was sind die Gründe dafür, dieses Problem zu lösen? Welche Möglichkeiten gibt es ihrer Meinung nach, deiner Meinung nach, das Problem zu lösen? Welche Optionen siehst du? Wir haben das andere gemacht. Was könnte ich davon abhalten, dein Ziel zu erreichen? Welche Möglichkeiten gibt es, dich darauf vorzubereiten? Also egal, in welcher Krise du sitzt, in welchem Engpass du gerade bist mit deinem Unternehmen, immer wieder konstruktiv Richtung Ziel. Und gar nicht zu weit in die Vergangenheit herauszufinden, warum die Situation jetzt so ist, ob die Eltern schuld sind, Angela Merkel oder der Papst. Fakt ist, du hast begrenztes Maß an Lebenszeit und nutze deine Zeit so optimal, wie du kannst, um konstruktiv weiterzukommen. Und der Coach achtet darauf, dass deine Gedanken, deine Worte, dein Handeln immer Kurs Ziel sind. Woher kommt nun der Begriff Coach oder Gründercoaching? Ursprünglich kennen wir den Coach aus dem Sport. Dort hat jeder Leistungssportler mindestens, jeder Spitzensportler mindestens einen Coach oder jede Mannschaft ein oder zwei Teamcoaches. Das gibt es aber inzwischen auch schon in der Regierung und natürlich in der Wirtschaft. Selbst Pastoren haben heute Coaches und Berater, die einen begleiten. Und die KfW hat dann vor knapp zehn Jahren das erste Mal auch das Gründercoaching Deutschland eingeführt. Warum? Weil nachgewiesen worden ist, dass Unternehmer mit Coaches erfolgreicher sind. Und schließlich ist es so, dass es weltweit, wie der International Coach Federation, auch schon Verbände gibt, die Coaches auch qualifizieren, zertifizieren und überprüfen. Deshalb meine Empfehlung wäre, dass du nur Coaches aussuchst, die Zulassung haben und die beim RCF beispielsweise auch eine Zertifizierung haben. Mindestens ACC, das ist so der Grundlagencoach, da hat man schon zehn mindestens nachgewiesene Coaches und auch Ausbildungen nachgewiesen. Man hat aber dann auch noch die Niveau-PCC, das Professional Coach, und die größte Disziplin ist Master Coach. Also achte darauf, dass wenn du einen richtig guten Coach haben willst, dass mindestens die Professional Coach Zertifizierung abgebildet ist. Wie findest du nun einen guten Coach, einen guten Gründercoach? Es kann natürlich helfen, wenn du bei der Suche darauf achtest, dass dein Gründercoach auch Erfahrungen hat in dem Segment, in dem du tätig sein willst. Damit meine ich jetzt die Selbstständigkeit, damit meine ich das Unternehmertum. Ein guter Coach muss aber nicht genau in deiner Branche auch tätig sein, sondern es reicht aus zu verstehen, in welcher Situation du dich befindest, welchen Anforderungen du ausgesetzt bist, um dann die richtigen Fragen zu stellen. Du kannst in der Regel auf die Suche gehen im Internet, du kannst bei ICF auf der Webseite gehen. Wenn du allerdings noch Förderprogramme haben möchtest, das heißt, dass dieses Gründercoaching auch noch bezuschusst wird, dann achte darauf, dass dieser Coach auch gelistet und zertifiziert ist. Zum Beispiel bei der Bundesagentur für Arbeit unter einer AZAV-Zertifizierung oder bei der BAFA oder anderen Beraterförderprogrammen, die zwischen 50 bis 100 Prozent der Kosten übernehmen. Die Kosten werden deshalb übernommen, weil die Regierung weiß, dass du erfolgreicher wirst, wenn du einen Gründercoach hast. Wenn du selbst Unterstützung brauchst, einen guten Gründercoach. Wir selbst haben über 40 Berater und auch Coaches bei uns im Team. Wir sind zertifiziert, wir sind zugelassen, arbeiten bundesweit, größtenteils auch digital, sprich über Zoom-Konferenzen. Da brauchst du noch nicht mal zu fahren, es entfallen die Wege und Fahrtkosten. Gerne kannst du jetzt einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Daumen hoch machen bei unserem Videofilm, den Kanal jetzt abonnieren und natürlich uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem persönlichen Lotsen, deinem persönlichen Gründercoach bei der Umsetzung und Gestaltung deiner Projekte. Viel Erfolg wünsche ich dir, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50 bis 100 Prozent. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.